Servus und Hallo bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute ist Monday und Monday ist... Happy Monday! Ja genau, wie jeden Montag hier auf Monaco Deluxe bei YouTube gibt es tolle Preise zu gewinnen. Heute mit einer Videobotschaft von Lisa Fitz aus dem Presseclub München. Wir schalten einfach mal rüber. Hallo, ich grüße euch, hier ist die Lisa Fitz und ich möchte euch gerne meine neue CD vorstellen. Die heißt Fitz Hits. Das ist eine Jubiläumsedition mit den besten Songs aus 40 Jahren. Bitte nicht nachrechnen, jetzt das braut es nicht. Ihr könnt die CD übrigens auch bei Monaco Deluxe erwerben. Die wird verlost. Also wenn ihr euch dort meldet und schaut, dann kriegt ihr die und sonst könnt ihr sie natürlich ganz normal kaufen. Viel Spaß beim Hören, eure Lisa. Und hier ist sie auch schon, die CD, die ihr gewinnen könnt. Nochmal herzliches Dankeschön an Lisa, die nicht nur die CD zur Verfügung gestellt hat, sondern auch sie für euch signiert hat. Was wäre ein Happy Monday mit nur einem gewinnen? Da haben wir von Lisa auch noch ihre Biografie bekommen. Natürlich auch wieder in diesem Fall mit Signierung. Gewinnen könnt ihr wieder ganz einfach in die Kommentare einfach hineinschreiben, ob ihr das Buch oder die CD gewinnen wollt. Und schon nächste Woche erfahrt ihr, wer der glückliche oder in dem Fall die glücklichen Gewinner sind. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.